Ja hallo, Jörg Fuhrmann hier. Ich komme gerade aus einem spannenden Kongress-Interview zum Thema Scheinheiligkeit auf dem Scheinheilig-Kongress vom Hajo. Und auf diesem spannenden Kongress habe ich mit Hajo über die Hintergründe, die Wurzeln, den Sinn und Zweck der transpersonalen Psychologie und der transpersonalen Prozessarbeit gesprochen. Und das war, wie ich finde, ein ganz spannendes Gespräch, ein ganz spannendes Interview. Und da sind auch noch viele spannende andere Leute zum Thema Spiritualität unterwegs, wo es eben ganz stark um diese ganzen Themen, auch spirituelles Bypassing, spirituelle Möglichkeiten, sich quasi in Elfenbeinturm zurückzuziehen und solche Geschichten drin sind. Und eben auch ein paar Tools und Strategien drin sind, wie du da etwas mehr über dich erkennen kannst, wie zum Beispiel aus der integralen Philosophie nach Wilber und anderen. Und ja, ich lade dich einfach herzlich ein, diesem Kongress beizuwohnen. Der Link ist dann unterhalb. Das ist for free. Und ja, da wünsche ich dir schon viel Spaß, viel Freude und Erkenntnis bei und sende einfach schöne Grüße vom Freirauminstitut am Bodensee von Jörg Fuhrmann. Ciao.